Hallo Leute, weiter geht's bei LED's. Wir sind hier immer noch bei diesem komischen, komischen Rätsel hier. Wo ich irgendwie nicht ganz verstehe, wie ich diese Kugel da in das Loch da reinkriege. Er bewegt dich ein bisschen hier. Ähm, ja, das klappt soweit nicht, das ist ein bisschen seltsam. Wir machen das ungefähr hier hin und dann zerren wir es da rüber. Aber es wird bestimmt wieder... Ne, dann kommt es wieder da hoch, das ist doch scheiße. Ich verstehe nicht so ganz, wie das gewollt ist hier. Ich verstehe echt nicht so ganz, wie das hier eigentlich gewollt ist. Ne, dann kommt es wieder da hoch, diese scheiß Kugel. Macht es ungefähr in die Mitte hin, ungefähr da. Ja, ne, das war jetzt auch nicht so optimal. Machen wir es da hin. Aber jetzt komme ich nicht mehr hier weg. Fantastisch. Ich komme nicht mehr da raus. Doch, komme ich. Okay, versuchen wir es nochmal so. Das. Hä? Habt ihr gesehen, wie es rumgepackt ist, diese scheiß Kugel? Fucking Kugel, ey. Was ist das für eine Kackstelle hier gerade? Ernsthaft? Oh, oh, das sieht gut aus. Das könnte klappen. Jetzt von hier. Nein, nicht von da, sondern von hier. Wollt ihr mich verarschen? Mache ich was falsch? Oh, mein Gott, es hat geklappt. Warum auch immer. Da schläft noch ein LED, das nehmen wir mit. Irgendwie hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob das so gewollt gewesen ist oder ob... Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Nehmen wir mit. Oh, da oben ist noch eines. Das ist noch da unter dem... Oh, Energie nehme ich auch mit. Dann werden wir hier ein bisschen Musik machen. Doing! Und dann möglichst viel mitnehmen hier. Das waren alle. Perfekt. Okay, okay, okay. Was? Ich hab noch mehr gehört. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Egal. Verlassen wir es. Ja, das war eine sehr komische Stelle mit dieser Kugel. Aber eben jetzt geklappt und nun fahren wir weiter. Ich frage mich bloß, wohin? Oh, hätte ich... Ne, ich kann das Ding nicht an... Doch, ich... Was? Ich hab das Ding gerade angewählt. War das jetzt richtig oder falsch? Was? Wo... Was? Wo geh ich lang? So, jetzt hab ich hier dieses grüne Teil da erwischt. Beziehungsweise das rote. Ich hab draußen... Was? Grünes gemacht? Dann fahr ich jetzt hier lang? Ich weiß nicht genau, was ich mache, Leute. So, wo war dieses Teil jetzt? Da. Ist das richtig? Ich bin auf jeden Fall irgendwo angekommen. Okay. Äh, das wollte ich nicht. Okay, dann haben wir hier Energie. Und hier... Was? Oh, was? Das sind die Zwillinge? Hey, da drüben war ein Kinder. Was ist denn los? Wir haben einen Omega gejagt und uns dabei verlaufen. Aha. Dann seid ihr bestimmt Louis und Lou. Ich hab das Omega gefunden, das ihr sucht. Und euch hab ich auch gefunden. Keine Angst. Alles wird gut. Können wir uns mal über die zwei Augen von dem Kinder unterhalten? Eines ist gelb und eines ist blau. Sieht man jetzt auch nicht alle Tage, finde ich. Naja, was soll's. Wirklich so. Vielen Dank. Komm, wir gehen zu euren Freunden. Sie machen sich schon große Sorgen. Gut, da ist aber noch eine Sache. Bevor du gekommen bist, sind wir gejagt worden. Oh, was ist das? Da ist es wieder. Rennt um euer Leben. Äh, ich möchte auch um mein Leben rennen. Vielleicht? Was? Was? Ich glaub, das ist nicht so gut. Was ist jetzt? Ich mache gar nicht. Was zur Hölle ist das? Oh, was? Moment, ich wette, ich brauche meinen Omega. Ja, wie. Was muss ich machen? Hä? Hä? Was muss ich machen? Ich kann es hier anwählen. Okay, mit dem funktioniert es nicht. Muss ich vielleicht mein Klingeling Omega hier haben? Das funktioniert auch nicht. Kann ich auf der Seite irgendwas? Oder das Vieh an sich irgendwie grabben oder so? Ich bin tot, Leute. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Was muss ich machen nochmal? Was haben wir sonst noch für LEDs? Oh, vielleicht den hier. Nee, da sind auf jeden Fall solche... Jetzt lass mich mal in Ruhe, du Scheißding. Was? Was muss ich machen? Hallo? Was, was muss ich machen? Das bringt alles... Was muss ich machen? Äh, was ist das jetzt hier für eine Kacke hier? Das bringt auf jeden Fall hier nix. Wenn ich hier den Knopf betätige, bringt das auch nix. Hä? Was? Hä, mit Eis vielleicht? Nee, mit Eis kann ich auch nicht angreifen. Mit Feuer vielleicht wieder. Das klappt soweit auch nicht. Nee, mit Feuer klappt auch nicht. Was kann ich denn sonst noch machen? Was hab ich denn sonst noch für LEDs? Ich hab hier das Kraftteil. Was ich irgendwie... Nicht... Wobei, doch, ich nehm es mal mit. Ich nehm das mal mit hier. Ja, versuchen wir es einfach mal. Ja, ich kann... Ja, nee, das bringt nix. Was muss ich machen? Es muss irgendwas mit dem Magnetismus zu tun haben. Aber egal, was ich mache... Das Ding... Grappt mich hier. Was muss ich machen zur Hölle? Ich kann die Kugeln auf der Seite nicht irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es klappt auf jeden Fall nicht. Ich kann ja da nur auf den Omega klicken. Was muss ich machen hier, bitte? Hier seh ich auch nix. Auf jeden Fall. Was muss ich machen? Oh, nervt das mal wieder. Echt. Machen wir hier mal ein bisschen Musik wieder. Ah, ich bin wieder tot. Ui, ist geil, Leute. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, ist sehr geil. Versuchen wir. Melodie. Der Gegner hat irgendwas im Mund. Aber es bringt nix. Ey, der macht mir permanent Schaden. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? So, Mann. Keine Eis, Freund. Klappt auch. Ich bin gleich wieder tot, Leute. Ich bin gleich wieder tot. Weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ey, was ist das jetzt? Was? Ey, ist das bescheuert. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Was? Es muss irgendwas mit diesem Magnetvieh zu tun haben. Aber ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen. Gar nicht. Ich kann ein bisschen nach oben gehen, wenn ich hier draufklicke. Aber was soll das bringen? Was? Zum Fick? Ich Was? Ich kann echt mit nix agieren hier. Ich bin gleich schon wieder tot. Leute, ich muss das gleich mal offscreen testen. Weil ich hab nicht die geringste Ahnung, was ich machen muss. Nicht die geringste. Ich bin tot. Leute, ich teste das mal kurz alleine, okay? Okay, Leute. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie es klappt. Ich denke einfach mal, zuerst muss ich vor ihm fliehen. Das hat zu Beginn ziemlich gut geklappt. Teilweise hat er dann was gemacht. Ja, jetzt zum Beispiel. Aha. Moment. Kann ich jetzt vielleicht... Was? Dann werde ich nach oben? Aha, so. Aha, alles klar. Und dann... Aha, falle ich nach unten, okay. Aha, verstehe. Ja, ich hab mich vorhin mal ein bisschen versucht, einfach nur um Decken zu bringen. Weil, wie gesagt, ich wusste nicht, was tun. Und das... War nicht gut. War nicht gut. Das hat irgendwie funktioniert. Wenn ich es ein paar Mal richtig geschafft habe, auszuweichen, dann passiert scheinbar etwas. Ah, es war zu früh. Ne, war es nicht. Okay, jetzt... Ich weiß nicht genau, was in diesem Kampf passiert. Aber ich kann jetzt hier diese Kugeln anziehen und dann bin ich, was weiß ich, schwer genug und fall dann auf diesen Typen darunter. Ja, warum ich die Kugel nicht anziehen kann, während ich hier hochfahre, das ist mir gerade noch ein Rätsel, aber okay. Ah, das ist ein dummer Boss. Ah, das ist ein dummer Boss, Kampf. Es tut mir leid. Ah, tut mir leid. Das ist wirklich ein dummer Boss. Aber wenn man weiss, wie, dann geht's ja. So, und... Boom! Ja, sobald dieser Aufzug hier aktiv ist, der mich angreifen will... So nicht. Sobald er mich angreifen will, ausnutzen und hochgehen. Jetzt scheint er mir aber nicht mehr viel Zeit zu lassen dafür. Na schön. Okay, okay, okay. Ich ziehe das ganze Zeug wieder an hier. Und... Kaboom! Okay, okay, okay. Ja, hat jetzt einige Zeit gedauert, bis ich gewusst habe, was ich machen muss. Das ist wirklich ein bisschen... Ne, kryptisch ist es... Oh, leck mich doch! Ne, kryptisch ist es eigentlich nicht, ich meine. Man kann zu Beginn wirklich nur ausweichen. Oh, leck mich doch! Nochmal. Okay, ich weiss immerhin, wie es funktioniert. Man hat zum Schluss wirklich kaum mehr Zeit, um auszuweichen. Na schön. Ist schwierig. Aber ein Hinweis, wie das Ganze funktionieren soll... ...hätte nicht geschadet, finde ich. Oh, shit! Falscher Omega. Ich hoffe, es reicht trotzdem noch. Okay, okay, und... Kaboom! Okay. Okay, Konzentration. Immer schön aufpassen, wann er zum Beissen will. Und dann... ...sofort nach oben. Wie gesagt, das Ganze wird immer schneller. Zum Schluss hat man kaum noch Zeit, um mit dem Fahrstuhl in Sicherheit zu gehen. Äh, ist das seine Zunge, die da lebt, oder... Was ist das genau für ein komisches Vieh? Ich verstehe es nicht. Stirb! Okay, die Hälfte ist down. Immerhin das. Ich kann auch kaum Treffer aushalten, wenn ich ehrlich sein soll. Hoch da! Ich muss es immer viermal machen. Ja, ich glaube, viermal... Das war jetzt das fünfte Mal. Okay. Okay. Ja, die Idee ist nett. Die Idee ist wirklich nett, wie der Boss funktioniert. Aber ein bisschen kryptisch, muss ich sagen. Habe ich es wirklich ein paar Mal versucht. Oh Gott! Das wird jetzt unterknapp. Sobald der Aufzug aktiv ist... Direkt nutzen. Ha! Alles klar. Und... Mein Omega-Freund... Tu es! Äh... Zack! Ich so auch noch ein Treffer. Jetzt muss ich schnell sein. Sobald der Aufzug grün ist... Direkt nutzen. Fuck! Der ist gar nicht immer bereit dazu. Nein, jetzt war ich zu spät! Fucking, fucking, fuck! Was? Der Aufzug ist gar nicht immer bereit dafür. Ich muss schon drücken, bevor das Ding grün ist, oder was? Okay, hat gepasst. Okay, und jetzt? Letzter Treffer. Stirb, du verkacktes Vieh! Stirb! Äh, Kugel. Bam! Okay, war's das jetzt? Du hast ein Erd-Omega erhalten. Oh, cool. Oh, cool! Sehr nett. Äh, ja. Dieses Omega besitzt Macht über die Erde. Es kann ein kleines Loch in den Boden graben. Äh, was gibt mir jetzt das hier? Mehr Energie, oder was war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast einen Wächterschuh behalten. Damit wird deine Beständigkeit gesteigert. Dankeschön. Tippe auf das Symbol unten links auf dem Startbildschirm. Kann ich jetzt nicht, okay? Okay, wie gesagt, so ein komischer Boss. Aber sobald man ihn mal versteht, war er wirklich cool. Doch, war okay. Oh Mann, war das unheimlich. Ich hoffe, dem großen Jungen geht es gut. Oh, da kommen die anderen Kids. Ja, seid ihr in Ordnung, hä? Ja, wir sind okay. Aber der Junge, der uns gefunden hat, ist noch da drin. Keine Sorge, ich komme ja gleich. Da bin ich schon. Puh, ich dachte schon, ich würde da drin vermudern. Oh, da ist der. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Äh, du bist echt mutig. Hm, ihr habt es in der Heldenzone. Das ist die Schatzkarte, die wir dir versprochen hatten. Kai hat eine Karte erhalten. Eine weitere, sehr gut. Aber was ist das da auf der Karte? Was ist das für ein Kringel da auf der Karte? Das will ich dann noch wissen. Ihr habt uns schon einmal verlaufen. Das war, als wir von unserer Mama getrennt wurden. Ja, genau. Darum fürchten wir uns immer so, wenn wir uns verlaufen, weißt du. Ja, aber zum Glück hast du uns ja gefunden. Als wir Louis und Lou damals Feind gefunden haben, haben wir sie in die Bande aufgenommen. Wir sehen uns doch immer noch, Mama. Aber mit unseren Freunden ist es nicht mehr ganz so schlimm. Bitte lass uns wissen, wenn du unsere Mama irgendwie siehst, ja. Ich freue mich auch auf meine Mama. Es ist toll, euch getroffen zu haben. Aber ich muss in die nächste Welt. Halte unser Omega. Es soll dich immer an unsere Freundschaft erinnern. Jo, mach ich. Dankeschön. Komm mal zum Spielen vorbei. Nein, werde ich nicht. Werde ich halt nicht. Okay, was machst du jetzt? Du puttelst da so ein Loch. Moment, wir haben doch mal irgendwo ein Loch gesehen. Ich komme da nicht runter. Doch, komme ich. Okay, gut. Wir haben doch mal irgendwo so ein Loch gesehen. Aber ich glaube, bevor wir uns um das Loch kümmern... Ja, wir werden jetzt noch das Loch suchen, würde ich sagen. Und dann noch da... Und die Karte irgendwas komisches anzeigt. Da werden wir natürlich auch noch hingehen. Da ist das Loch! Äh... Warum macht der da nichts? Was? Hä? Hä? Dieses Loch da, das ist mir gerade ein Rätsel. Verstehe ich nicht. Gut, dann ist jetzt hier das Loch. Das bringt mir quasi nichts. Nee, warum nicht? Geh da rein! Der passt nicht da rein. Muss ich vielleicht hier dieses... Ähm... Wechseln, wechseln, wechseln. Wen möchte ich denn? Hier, Radar-Omega. Brauche ich das da? Was oder was soll das für ein Loch sein? Nee, da passiert gar nichts. Wenn ich reingehe, nö, dann passiert gar nichts. Gut, Leute, dann werden wir zuerst mal... Äh, auf der Karte uns diesen komischen Kreis ansehen. Was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt. Aber, Leute, für heute war es das mit LEDs. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss! Tschüss!